Das Buch ist komplett. Lasst sehen. Den zornigen Geist aus den Abgründen zu beschwören, ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seinen Körper aus Stein formen und ihn so dann mit der Essenz eines Elementes weihen. Nur so erhält er seine volle Kraft. In den gläsernen Ebenen habe ich Reisesteine entdeckt, in deren Nähe es Feuer- und Eiselementare gibt. Dort werde ich vielleicht die Essenzen finden. Mit dem Wissen des Buches können wir die Reisesteine dort nutzen. Holen wir die Essenzen.